Am Anfang stand eine Vision. Frei entscheiden, weil man es kann, nicht weil man es darf. Tun, was richtig ist. Jetzt und hier. Kein Einfluss von außen. Selbst entscheiden. Darum hat Dr. Hermann Bell die Operbank 1984 in die Unabhängigkeit geführt. Wir bleiben dort, wo wir groß geworden sind und frei. Weil wir nach festen Grundsätzen handeln. Wir machen nur Geschäfte, die wir verstehen. Mit Partnerinnen und Partnern, auf die wir uns verlassen können. Für die Menschen, die uns vertrauen. Und was uns erfolgreich macht, dem bleiben wir verpflichtet und verbunden. Unserer Wirtschaft, unserer Region, unseren Mitarbeiterinnen, unseren Mitarbeitern. Unseren Kundinnen und Kunden. Eigenständig entscheiden. Unabhängig handeln. Und dafür stehen wir. Heute wie morgen. Oberbank. Nicht wie jede Bank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.